Herzlich willkommen zu meinem neuen Video zum Thema Die besten Handykameras im Jahr 2023 Heute stelle ich das Handy BlackVeve A52 vor BlackVeve A52 Ein erschwingliches Smartphone Robuste Bauweise Das BlackVeve A52 ist ein Smartphone, das für seine robuste Bauweise und seine Fähigkeit in widrigen Umgebungen funktioniert bekannt ist. Als Outdoor-Smartphone ist es für Menschen gedacht, die ein Telefon benötigen, das Stürzen, Staub und Wasser widerstehen kann. Das A52 ist mit einer IP68-Zertifizierung ausgestattet, was bedeutet, dass es wasserdicht und staubdicht ist und sogar in tiefem Wasser für eine begrenzte Zeit untertauchen kann. Akkulaufzeit Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Wahl eines Outdoor-Smartphones ist die Akkulaufzeit. Das A52 verfügt über einen 4000-Mah-Akku, der eine lange Laufzeit ermöglicht. Es ist auch mit einem schnellen Ladegerät ausgestattet, das es ermöglicht, den Akku schnell aufzuladen, wenn es erforderlich ist. Kamera-Qualität Wenn Sie ein Outdoor-Smartphone suchen, sollten Sie auch auf die Kamera-Qualität achten. Das A52 verfügt über eine 13-Megapixel-Hauptkamera und eine 5-Megapixel-Frontkamera, die für die meisten Anforderungen ausreichend sind. Wir empfehlen den Kauf des BlackVeve A52-Smartphones aufgrund seiner erschwinglichen Preise und seiner beeindruckenden Funktionen. Pro Das leichte und schlanke Design des BlackVeve A52 macht es zu einem idealen Geschenk für Familien und Freunde. Mit dem Octa-Core-Prozessor und dem 3 GB RAM können Sie ohne Verzögerungen zwischen Multitasking wechseln. Die 13-Megapixel-Hauptkamera des BlackVeve A52 fängt fantastische Momente ein und bietet zahlreiche Aufnahmemodi. Contra Das BlackVeve A52 ist möglicherweise nicht so schnell wie einige teurere Smartphones auf dem Markt. Der Speicherplatz von 32 GB ist möglicherweise nicht ausreichend, wenn Sie viele Apps oder Dateien speichern möchten. Das BlackVeve A52 unterstützt kein NFC. Das BlackVeve A52 ist ein erschwingliches Smartphone mit beeindruckenden Funktionen. Das leichte und schlanke Design des Smartphones macht es zu einem idealen Geschenk für Familien und Freunde. Der Octa-Core-Prozessor und der 3 GB RAM ermöglichen ein reibungsloses Multitasking ohne Verzögerungen. Die 13-Megapixel-Hauptkamera des BlackVeve A52 fängt fantastische Momente ein und bietet zahlreiche Aufnahmemodi, um ihre Kreativität zu fördern. Das BlackVeve A52 ist möglicherweise nicht so schnell wie einige teurere Smartphones auf dem Markt, aber es bietet immer noch eine beeindruckende Leistung. Der Speicherplatz von 32 GB ist möglicherweise nicht ausreichend, wenn Sie viele Apps oder Dateien speichern möchten, aber das Smartphone unterstützt externen Speicher bis zu einem Terabyte. Das BlackVeve A52 unterstützt kein NFC, was für einige Benutzer ein Problem darstellen kann. Insgesamt ist das BlackVeve A52 ein großartiges Smartphone zu einem erschwinglichen Preis. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Noch besser ist es, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst. Damit verpasst du kein neues Video mehr von mir. Weitere Details findest du in der Videobeschreibung. Das BlackVeve A52-Kanal abonnierst.